Ein herzliches Willkommen. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, erholsames Wochenende und startet mit positiver Energie in die neue Woche. Wir haben die Sonne, die Venus und seit Sonntag auch den Jupiter in Zwillinge. Sehr kommunikativ, man sollte aufpassen, sich nicht zu verzetteln, aber durchaus auch sehr klärend, sehr direkt und vielleicht auch sehr informativ durchaus. Der Merkur und auch Uranus befinden sich noch im Stier, also die Erdenergie ist auf jeden Fall noch vorhanden. Der Mond befindet sich im Steinbock bis viertel vor elf heute Abend, dann wechselt er in den Wassermann, also heute noch Steinbock-Energie. Dann haben wir den Mars im Widder, der eben auch sehr durchsetzungsfähig und stark ist, sollte aber nicht dazu führen, dass man mit dem Kopf durch die Wand will, sondern lieber kommunikativ eben auch im Austausch mit anderen bleibt und dann eben im Team auch für Lösungen einsteht. Der rückläufige Pluto im Wassermann sorgt dafür, dass wir uns Themen Macht und Ohnmacht nochmal anschauen, dass wir Themen, die vielleicht jetzt auch nochmal aufgebracht werden und die sich wiederholen, genauer anschauen und vielleicht Veränderungen vornehmen. Dabei nutzen wir Neptun und Saturn dafür, uns auch in andere hinein zu versetzen, unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu beachten und adäquat mit anderen über die Dinge zu sprechen. Das klingt sehr vielversprechend. Wichtig ist, dass man die Ruhe bewahrt, sich nicht zu viel auflädt oder zu viel vornimmt und eben auch, wenn es mal ein bisschen stressig werden sollte, dass man die Nerven behält. Pausen sind da wichtig, sich auch mal ein bisschen abgrenzen, kann Not tun und dann sollte man das auch machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche, in die letzte Woche des Monats Mai. Schauen wir uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ja, es ist die letzte Woche im Mai. Also, was steht an? Die Sonne befindet sich in den Zwillingen ebenso wie die Venus und der Jupiter. Das spornt an, gerade auch dich als Widder, die Dinge in die Hand zu nehmen und etwas zu verändern. Der Mond im Steinbock, der zumindest dort bis heute Abend viertel vor elf verweilt, sagt, ruhig Blut, erst mal gucken, was anliegt. Ja, das finde ich auch gut. Das sollte man auch, wenn der Mond vielleicht nicht mehr im Steinbock ist, sollte man das auf jeden Fall beibehalten. Ja, keine kopflosen Handlungen, auch wenn der Mars in deinem Zeichen verweilt und wenn der Pluto rückläufig im Wassermann sich befindet. Keine schnellen Zwischentür- und Angelgeschäfte oder Entscheidungen. Das wäre fatal. Und natürlich auch nicht zu viele Aufgaben. Wir haben Merkur und Uranus im Stier. Auch Erdenergien, die so ein bisschen für Ruhe sorgen, wobei natürlich auch Uranus immer so eine, ja, Überraschung im Petto haben kann. Neptun-Saturn, Einfühlungsvermögen, sich mit anderen arrangieren, sich auf das Team oder die Leute, mit denen man zu tun hat, so ein bisschen einstellen und auch mal gut zuhören. Das kann helfen. Ja, gegenseitigen Respekt und natürlich auch Wahrnehmung der Interessen, damit man gemeinsam ans Ziel kommt. Ja, wir haben heute sonst keine weiteren Aspekte, aber ich denke, es gilt, den Tag ruhig zu starten und ja, einfach mal zu schauen, was geht. Wir haben die sechs der Münzen. Faires Miteinander ist immer eine gute Idee, dass man freundlich miteinander umgeht, dass man sich überlegt, wie man eben, ja, sich gegenseitig unterstützen kann. Wir haben den Neuanfang. Ja, wahrscheinlich wollen alle den Neuanfang, wollen etwas umsetzen, sind auch sozusagen ein bisschen ungeduldig, dass endlich was passiert. Wichtig ist aber trotzdem nicht den Kopf verlieren, nicht die Nerven verlieren und sich auch von möglichem Stress oder vielen Gesprächen, neuen Kontakten nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wir haben den Turm. Das bedeutet nämlich in allererster Linie erstmal Dinge aufräumen, schauen, wo man steht, Hindernisse beiseite schieben und das muss man sich auch erstmal erkennen. Ja, Platz schaffen für Neues. Man muss auch die Dinge fertigstellen, die man im Vorfeld vielleicht begonnen hat. Wir haben dazu die acht der Schwerter. Vielleicht geht es gerade etwas chaotisch zu. Kann schon sein, denn die Energie ist ja noch ganz frisch mit Jupiter in den Zwillingen. Man hatte sich so schön an die Energie von Jupiter in Stier gewöhnt, dass alles irgendwie geregelt ist und so weiter. Aber man muss sich jetzt schon ein bisschen auch dafür anstrengen, dass nicht alles aus dem Ruder läuft. Und da bist du als Widder natürlich auch prädestiniert, da ein Auge drauf zu haben, dass man sich nicht zu viel auf die Liste schreibt und dass man auch nicht, ja, ich sag mal, überbordende Erwartungen hat. Jupiter kann dazu verleiten und deswegen ist es wichtig, immer auch die Bodenhaftung zu überprüfen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind heute beim Montag, 27. Mai 2024 und ich hoffe, du hast dein Wochenende genossen. Es war schön erholsam. Ja, du startest, obwohl du dich ein bisschen beunruhigt fühlst, gemäßigt in die neue Woche. Ja, der Jupiter fehlt, das merkst du schon und es kann sehr viel los sein. Es kann auch sehr stressig werden, auch gerade in der Kommunikation, denn wir haben die Sonne, Venus und Jupiter in den Zwillingen, ja. Wir haben aber den Mond im Steinbock, das beruhigt vielleicht ein wenig. Gleichzeitig haben wir den Mars im Widder, der so ein bisschen nervös machen kann und auch aggressiv, ja. Man sollte trotzdem nicht zu stur und eigenwillig sein oder auf Dingen beharren. Ich glaube, da kommt man nicht weit mit. Auch mit dem rückläufigen Pluto im Wasser mal nicht. Besser ist es, mit Neptun und Saturn sich auf die jeweilige Situation und die Personen ein wenig einzustellen. Das heißt, nicht sich unterbuttern lassen, aber erstmal hören, was denn überhaupt los ist. Du hast in Merkur an deiner Seite und auch Uranus und kannst auch selber Feinjustierungen vornehmen als Stier, ja. Natürlich nicht im Großen, aber eher so in klein kann man sich darum bemühen, die Dinge auf Kurs zu halten. Und ich sag mal, deine Erdenergie hilft dir auch, nicht ins Chaos zu verfallen. Aber anderen geht es vielleicht nicht so gut. Wir schauen mal. Wir haben die Neun der Münzen. Bei allem, was du tust und bei allem, was du dir vorstellst oder umsetzen möchtest, heißt es auch, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Die Neun der Münzen ist sowohl Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstständigkeit, Single-Dasein, aber auch Selbstversorge. Ich schaue mir an, was ich erreicht habe, wo ich stehe und ich überlege mir sehr genau, was der nächste Schritt sein könnte. Dazu habe ich ein Team, eine Gruppe von Menschen um mich. Das kann die Familie sein, das können die Kollegen sein, die Firma, für die ich arbeite. Ich muss aber auch immer auf mich selber achtgeben. Ich darf mich nicht permanent überfordern. Ja, und das wollen wir auch in Zukunft nicht tun, weil das eben nicht sehr produktiv ist, wenn man sich permanent verausgabt. Wir haben die Königin der Stäbe. Ein gewisser Optimismus und die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken. Wunderbar, kann man machen. Aber alles bitte im Rahmen der Möglichkeit. Mit der Königin der Schwerter solltest du aufrichtig und ehrlich zu dir sein und auch zugeben, wenn dein Limit erreicht ist. Ja, vielleicht geht es auch darum, dich in dieser neuen Energie ein Stück weit zurechtzufinden und ein paar klärende Worte mit anderen zu führen. Das heißt, nicht negativ oder so. Man klärt etwas für sich, wo man steht, wie man vorgehen kann. Ich denke, mit dem Team kannst du auch sehr gut darüber reden, wer was übernimmt, wer vielleicht auch bestimmte Dinge besonders gut kann oder so zum Beispiel. Ja, also scheue dich nicht auch darüber zu reden, was jetzt vielleicht auch anders läuft. Und auch bist du, denke ich, der Fels in der Brandung, wenn irgendwie Chaos herrscht. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass du auf dich selbst gut acht gibst und eben auch nicht alles selber machen möchtest. Ja, Ruhepausen zwischendurch sind immer auch relevant. Also geh es langsam an, mein lieber Stier. Ja, das ist hoffentlich heute ein erfolgreicher Start für dich. Ich denke schon. Wir sehen uns für weiteres morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute beim Montag, 27. Mai 2024. Ich hoffe, du hattest auch ein schönes, erholsames Wochenende. Ja, der Jupiter ist in dein Sternzeichen gewandert. Das ist eine große Aufgabe und es ist auch eine große Verantwortung. Das darf man nicht vergessen. Es gibt viel Freude, viele Möglichkeiten, viele Tendenzen, auch mit Sonne und Venus im eigenen Zeichen. Aber bleib bitte bodenhaftung oder bodennah auf jeden Fall. Der Mond ist im Steinbock und hilft dir dabei, dich nicht zu verzetteln, dir nicht zu viel zuzumuten, auch dich nicht zu überschätzen. Ja, denn wir haben ja noch Neptun und Saturn in den Fischen und Neptun kann dich dazu verleiten, zu denken, dass du einfach alles schaffen kannst. Ja, das wird dir schnell zu viel. Deswegen sage ich das auch, mach langsam. Wir haben den rückläutigen Pluto im Wassermann, was ja auch schön ist. Man kann vieles klären und besprechen. Man kann mit den früheren Themen Macht und Ohnmacht auch Dinge vielleicht nochmal aufs Tablett bringen und vielleicht neue Klärungen oder neue Regeln aufsetzen. Neptun und Saturn sind aber auch dafür da, dass man eben gefühlsmäßig auf sich achtet, sich nicht immer in die vorderste Reihe stellt, sondern vielleicht auch mal delegiert und vielleicht sich auch mal Zeit zum Überlegen gibt. Ja, der Mars im Wetter kann dafür sorgen, dass man Feuer und Flamme für etwas ist, dass man für etwas brennt und sich nicht reinreden lässt. Auch das wäre sehr unvernünftig und wenig erwachsen. Aber es kann vorkommen, wenn man da so Begeisterung hat. Ja, aber halte dich an das, was du zuvor auch verfolgt hast und schweife jetzt nicht komplett davon ab. Das wäre fatal. Der Merke und der Uranus im Stier helfen dir dabei, auch die Bodenhaftung zu behalten und dich zu orientieren. Ja, es gibt auch immer mal wieder Änderungen. Du bist flexibel genug und nutze deine Kommunikation, wenn es notwendig ist, frühzeitig um Hilfe zu bitten. Ja, wir haben die Sonne. Du bist natürlich happy. Happy go lucky. Wir haben das Ast der Kirche. Du liebst das, ja, wenn was los ist, wenn Action ist. Es ist aber, wie ich sagte, auch eine Verantwortung. Ja, du fühlst eben auch den Erfolg. Ja, das ist so, es elektrisiert dich, ja. Das ist auch schön. Du sollst dich auch freuen. Du sollst nur nicht den Überblick verlieren. Darum geht's, ja. Die Freude und die Liebe, die du für etwas hast oder den Erfolg, den du einfährst hier, den möchte dir niemand streitig machen. Es soll aber auch so bleiben, ja. Es soll langfristig so bleiben, dass du dich wohlfühlst und erfolgreich bist. Wir haben hier mit den Neuen der Schwertern eben auch Dinge, die dich beängstigen, Dinge, die du als Altlasten vielleicht mitbringst oder Dinge, wo du denkst, naja, es ist ja auch ganz schön verantwortungsvoll, diesen Erfolg jetzt beizubehalten, weiterzuführen oder auszubauen. Das musst du aber nicht alleine. Deswegen ist es so wichtig, die anderen mit ins Boot zu holen, sich abzustimmen und keine einsamen Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen auch nicht einfach neue Dinge anzufangen und Sachen liegen zu lassen. Das wäre einfach viel zu schade. Deswegen habe ich da auch den ganzen Mai drüber gesprochen. Ich werde dir auch weiter damit in den Ohren liegen. Das verspreche ich. Ich möchte, dass du dich darüber austauscht und dass du dir eben auch Hilfe, Unterstützung suchst, damit das auch weiterhin erfolgreich bleibt. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Montag, 27. Mai 2024 und ich hoffe, auch du hattest ein schönes, erholsames und harmonisches Wochenende. Ja, die Sonne, die Venus und jetzt auch der Jupiter befinden sich in den Zwillingen. Du hast sehr davon profitiert, dass Jupiter vorher sich im Stier befunden hat und jetzt wird alles ein bisschen unruhiger und einige Dinge fallen einem nicht mehr so leicht. Man hat vielleicht Bedenken, dass man die Bodenhaftung verliert und ist selbst auch dafür verantwortlich, dass das nicht passiert. Ja, das heißt also, das, was sich bewährt hat, solltest du ruhig weiterverfolgen und du solltest dich möglichst von der Zwillinge-Energie nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Mond ist im Steinbock, unterstützt dich, akkurat zu arbeiten, verlässlich zu sein, all das, was eben die Erdenergie auszeichnet und das kannst du dir auch als Krebs zu eigen machen. Ja, Neptun, Saturn in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv, deine Intuition hast du sozusagen immer dabei und die kann dir im zwischenmenschlichen Bereich mehr als nützlich sein, aber die Kommunikation natürlich auch. Wir haben den Mars im Idda temperamentvoll, leidenschaftlich, durchsetzungsstark, mutig und manchmal ein bisschen stur. Ja, das kann dich betreffen, das kann aber auch andere betreffen natürlich. Ja, da sollte man sich überlegen, wo sich das lohnt und wo man das lieber bleiben lassen sollte. Mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann kann das eben auch diese Themen betreffen von Macht und Ohnmacht, wo man sich jetzt einsetzt und wo man sich gewährstellt und wo man dann auch sagt, naja, das ist mir nicht so wichtig. Also man sollte sich da auch überlegen, wo man eingreift und wo nicht. Ja, Merkur und Uranus sind weiterhin hilfreich zur Seite. Uranus verändert ja auch und Merkur betrifft ja auch die Kommunikation. Das heißt, man kann sowohl gefühlvoll als auch sehr sachlich über Dinge reden. Das ist schön. Wir haben für dich eine solide Basis. Das heißt, du stehst auf einem sehr stabilen Untergrund und das kannst du auch weiter tun. Du möchtest etwas hinter dich bringen. Vielleicht merkst du auch mit der Welt die Veränderung, die jetzt stattfindet. Das muss dich aber nicht beängstigen. Neues muss nicht schlecht sein, kann sogar Verbesserung bedeuten. Die sieben der Münzen bedeutet aber, ich gehe da jetzt nicht blauäugig rein und idealisiere das oder finde das einfach doof oder gut. Ja, sondern ich schaue mir die Dinge schon genauer an. Das solltest du auch weiterhin tun. Die sieben der Münzen ist, ich beschäftige mich auch mit den Detailfragen. Das bringt dir als Krebs den Erfolg. Ja, du bist auch weiterhin erfolgreich, wenn du, wie gesagt, auch durch mehr Kontakt, durch mehr Gespräche und so weiter, dich nicht aus der Ruhe bringen lässt und vielleicht auch offen bist für Neues und dich da eben auch reinfuchst oder reindenkst. Vielleicht ist es etwas, was du lernen kannst und was dich auch interessiert und was dich begeistert. Also geh da nicht zu pessimistisch ran. Das kann durchaus auch sehr viel Schönes beinhalten. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024 und ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames Wochenende. Hast dir auch mal es gut gehen lassen und nicht zu viel getan. Wir haben ja auch den Wechsel von Jupiter in die Zwillinge, was auch für dich sehr von Vorteil sein kann. Ja, das geht aber nur, wenn man, wie gesagt, auch immer auf dem Teppich bleibt. Ja, die Sonne, die Venus und wie gesagt, Jupiter sind in den Zwillingen. Da ist die Kommunikation groß geschrieben. Da ist vielleicht auch die, ja, die neuen Kontakte, die sind dabei. Also, dass man neue Kontakte auch eingeht und neue Gespräche auch geschäftlich findet. Das ist schon ganz gut. Mit dem Mond im Steinbock kann man damit gut arbeiten, akkurat, verlässlich. Da ist so ein bisschen auch von der alten Erdenergie noch mit dabei. Genauso mit Merkur und Uranus im Stier. So, jetzt haben wir den Mars weiterhin im Winter. Da ist natürlich auch für dich als Löwe immer mal die Gefahr gegeben, dass du dich zu weit aus dem Fenster lehnst, den Mund ein bisschen zu voll nimmst oder auch vielleicht manchmal ein bisschen zu viel versprichst. Wenn du, ja, sagst, das schaffe ich alles und so. Sei da bitte vorsichtig, ja, denn du wirst beim Wort genommen. Ja, und deswegen solltest du da ein bisschen aufpassen. Wir haben den rückläufigen Glut- und Wassermann weiterhin. Macht und Ohnmachtthemen nicht vergessen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das in Zukunft handhaben möchte. Man hat gute Energien eben durch die Kommunikation, aber man muss sich eben auch immer mal in die Situation reinfühlen. Zum Beispiel auch mit Neptun und Saturn in den Fischen. Wie ist die Stimmung? War das, wäre das jetzt gut oder nicht so gut, ja? Ich weiß, du bist sehr stolz als Löwe und du hast hohe Ansprüche an dich und andere. Wichtiger ist aber nicht nur der Anspruch, sondern auch wie das im Zusammenspiel miteinander ist, egal ob beruflich oder privat. Ja, man lebt ja nicht alleine, sondern man hat ja noch ein paar Leute um sich. Und darum solltest du dich auf jeden Fall kümmern, denn das kannst du als Löwe auch sehr gut, ja, auch auf Leute so ein bisschen eingehen. Wir haben heute den König der Münzen. Das ist sehr schön. Das ist so pragmatisch, eine Erdenergie. Ich schaue mir an, was ich habe. Ich bin zufrieden. Ich bin dankbar und auch ein bisschen demütig. Das ist sehr gut. Wir haben den Krebswagen. Das bedeutet, ich gehe jetzt nicht aus der Spur. Ich fahre das Schema, was ich vorher hatte, erstmal weiter als Löwe. Und mit dem Hierophanten kümmere ich mich um die Beziehungen. Also erstmal auch um die Beziehungen mit mir selber, dass ich mich nicht permanent überfordere oder überhöhte Anforderungen an mich selber stelle, aber eben auch nicht an andere. Ich versuche mit anderen gut auszukommen, was jetzt eben auch mit der Zwillingenergie wunderbar funktionieren kann. Ja, ich stelle mich auf andere ein, höre auch mal zu und so weiter. Das ist wunderbar. Und wir haben die Disziplin. Das ist genau das, was du jetzt auch mit dieser Zwillingenergie an den Tag legen solltest. Die Erdenergie, wie sie sich zuvor gezeigt hat, im Stier weiterführen. Ja, natürlich öffnen sich viele Tore und viele Angebote. Es kann aber auch darunter das eine oder andere sein, was mehr heiße Luft ist, als realistisch irgendwas, was du gebrauchen kannst. Deswegen ist es wichtig, sich nicht einfach irgendwas zu gönnen oder irgendwas zu machen, sondern auch weiterhin zu prüfen. Egal in welchem Bereich. Ja, nicht alles, was man als tolles Angebot serviert bekommt, hält auch, was es verspricht. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024. Ja, ich hoffe, dein Wochenende war schön, erholsam, ruhig, entspannt. Denn wir starten natürlich auch die neue Woche mit Sonne, Venus und Jupiter in den Zwillingen. Das kann durchaus bedeuten, dass sehr viel los ist, das Telefon oft geht, viele Nachrichten kommen und viele Leute was von einem wollen. Der Mond befindet sich aber im Steinbock. Da ist es beruhigen, langsam machen, verlässlich bleiben, den Überblick bewahren. Jetzt bist du auch eines dieser Sternzeichen, die mit Neptun zu tun haben. Saturn und Neptun befinden sich ja in den Fischen. Da brauchst du auch in dieser Phase natürlich ja so ein bisschen die Beruhigung, dass sich deine Gefühle nicht immer verändern oder dass deine Gedankenwelt nicht amok läuft irgendwie, dass du dir was zusammenreimst. Wir haben das ja schon im Vorfeld immer mal wieder besprochen. Jetzt ist es besonders wichtig, die Erdenergie, die du ja auch als Jungfrau in dir trägst, weiterzuführen, als wäre der Jupiter praktisch gar nicht gewechselt. Ja, aber eben auch die Kommunikation, den Austausch und die neuen Kontakte für dich zu nutzen. Ja, also sehr vorsichtig, sehr langsam, sehr gemäßigt an die Dinge heranzugehen und bitte auch nicht überkritisch, kritisch schon. Ja, du sollst dir die Dinge genauer anschauen, aber nicht missmutig oder pessimistisch da heranzugehen. Ja, du kannst das gut umsetzen, denke ich, weil du eben auch eine Erdenergie bist. Ja, wir haben dann Mars im Wetter, da kann man auch mal ein bisschen ungehalten reagieren, ungeduldig sein oder einen Dickkopf haben. Ja, du oder eben auch andere. Mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann die Themen nochmal Macht und Unmacht anschauen und auch vielleicht klären, denn die Möglichkeit besteht ja durch die gute Kommunikation der Zwillinge-Energie. Schauen wir mal. Auch du hast den König der Münzen. Du bist geerdet, pragmatisch, dankbar und demütig. Du hast aber auch tolle Ideen. Schreib sie auf. Gib sie nicht gleich raus oder erzähl sie allen, sondern überlege dir, wie du die Dinge umsetzen möchtest. Der Rückzug, Alleinzeit. Ja, wenn dir alles zu viel wird oder diese Ideen auf dich hereinprasseln, auch von außen, brauchst du ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe, ein bisschen, ja, ich sag mal, eine gesunde Grenze oder ein Raum, wo du dich mal zurückziehen kannst und wenn du spazieren gehst. Ja, wir haben die Herrscherin. Du brauchst das einfach, Zeit für dich zu haben, Dinge auch vielleicht zu verkraften, ein bisschen Ruhe zu haben. Ich glaube, dass du dich dann besser auch an die Zwillinge-Energie gewöhnen kannst. Und wichtig ist auch, dass man auch weiterhin alles auf Herz und Nieren prüft und sich auch im Chaos, wenn außen wirklich viel los ist, davon nicht abbringen lässt. Ja, weil das ist riskant. Der Jupiter will ja expandieren und mit der Zwillinge-Energie ist er so vielseitig, dass man wirklich den Überblick verlieren könnte. Und deswegen direkt von vornherein immer schauen, dass man sich nicht zu viel aufheißt. Ja, wenn da auch zu viel von außen kommt und jemand dir sagt, das, das, das und das, musst du sagen, Moment mal. Ja, bis dahin okay, aber der Rest bitte jemand anderer. Es ist wichtig, dass du auf deine körperliche und seelische Gesundheit achtest und dich nicht zuballern lässt mit Arbeit. Denn das könnte auch passieren. Also, freundlich, aber bestimmt. Ja, du weißt schon, wie du das handhaben kannst und ich denke, dass du das ruhig und entspannt beginnen solltest. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Vage. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024. Ich hoffe, auch du hattest ein schönes, erholsames Wochenende. Naja, du hast ja auch die Energie von den Zwillinge Jupiter mitbekommen und ja, du musst als Vage natürlich auch ein klein bisschen aufpassen. Wir haben die Sonne, die Venus und den Jupiter in Zwillinge. Wir haben den Mond im Steinbock auf dem Teppich bleiben. Auch wenn wir keine Erdenergie dabei hätten, wäre es ganz wichtig für dich als Vage, dich nicht durcheinander bringen zu lassen. Also, man kann ja auf der einen Seite durch viele Aufgaben durcheinander kommen, man kann durch viel Kommunikation durcheinander kommen oder wenn man sich zu viel auflädt. Ja, und da bist du halt auch manchmal prädestiniert, dir einfach zu viel vorzunehmen und dann als durcheinander zu geraten. Deswegen bitte ich dich, auch da ruhig entspannt, so wie zuvor mit Jupiter im Stier weiterzumachen und dir jetzt nicht unendlich viel näher aufzuhalten. Bleib auf dem Teppich, ja. Wir haben auch Merkur und Uranus im Stier, die eben auch helfen, dass man eben nicht die Bodenhaftung verliert. Man ist aber ein Stück weit jetzt selber dafür verantwortlich. Natürlich ergeben sich neue Möglichkeiten, auch mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann, ja, Macht und Ohnmacht heben klären, mit dem Mars Widder, wo man sich auch durchsetzen kann, aber nicht mit Gewalt und nicht mit Sturheit, sondern gut überlegt, ja. Wir haben auch Neptun, Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist ganz besonders wichtig, weil man eben auch dadurch erkennen kann, ob einem jemand die Wahrheit sagt oder nicht, ja. Oder ob jemand einem irgendwas unterjubeln möchte oder was verkaufen möchte, ja. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, dass man nicht weiß, was man wählen soll. Deswegen sollte man sich das eben auch ganz besonders gut anschauen. Und dafür brauchst du Kapazitäten und die solltest du dir auch als Waage unbedingt frei halten. Wir haben die Welt. Etwas hinter sich lassen, Neues beginnen. Wir haben den Eremiten. Das ist sehr gut. Das ist Erdenergie. Das ist gute Planung. Gute Planung ist die halbe Miete oftmals, ja. Wenn man eine gute Abwicklung hat, also wenn man sich überlegt, ich mache das, das und das und dann mache ich das und so eine Liste oder so, dann ist man schon mal gut vorbereitet und Informationen sammelt, was die anderen machen, wie man sich mit anderen arrangieren kann. Das ist wunderbar. Aber wichtig, Ruhe bewahren, liebe Waage. Das mit dem Multitasking ist zwar immer ganz nett, aber es sorgt dafür, dass das selbstverständlich wird für andere und dass du, wenn dann richtig was los ist, keine Kapazitäten mehr frei hast und dann auch deine Ruhe verlierst. Und das wäre halt in so einem Fall fatal. Nicht jetzt, aber irgendwann in der Zukunft. Also behalte bei dir eben auch freie Kapazitäten mit einzurechnen. Dass du mal Pause machen kannst, dass du mal tief durchatmen kannst und dass du überlegen kannst, wie du diese Liste oder so erstellst. Ja, was wirklich Prioritäten hat und so weiter. Auch das sollte man unbedingt überlegen. Also lass dir da nicht zu viel aufhalsen oder schrei auch nicht nach mehr Arbeit, sondern guck dir an, wie du das regeln kannst. Ja, ob privat oder beruflich. Man sollte nicht, ich sage jetzt mal, alles selber machen wollen, sondern im Team. Man kann auch mal anderen was abgeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024 und ich hoffe, auch du hattest ein schönes harmonisches Wochenende und bist gut erholt in diese Woche gestartet. Ja, wir haben die Sonne, die Venus und den Jupiter in den Zwillingen. Zwillingenergie ist nicht unbedingt deins, aber Kommunikation ist im Alltag sowieso auch immer wichtig. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass du als Skorpion dich ruhig ein bisschen öffnen kannst. Jetzt kann es natürlich im Außen auch ein wenig chaotisch werden. Der Mond ist im Steinbock und hilft dir dabei, dich nicht zu sehr zu verausgaben, die Dinge zu regeln oder regeln zu wollen. Wichtig ist, dass du die Ruhe bewahrst. Ja, Merkur ist auch im Stier und auch Uranus bleibt im Stier. Du kannst ja feinjustieren, verändern, was vielleicht dazu beiträgt, dass du nicht genervt bist oder nervös wirst, ja, wenn dir das zu viel wird. Es ist wichtig, auch als Skorpion darauf zu achten. Neptun, Saturn in den Fischen Einfühlungsvermögen zu wissen, wen man vor sich hat. Na klar, auch nicht zu negativ natürlich an die Dinge ranzugehen, aber es kann halt stressig sein, wenn viele Leute irgendwas von einem wollen. Wir haben den Mars im Winter. Da ist die Zündschnur kurz und das kann auch bei dir als Skorpion der Fall sein. Und deswegen ist es so wichtig, nicht jetzt irgendwann auszuflippen, wenn es vielleicht gar nicht angebracht ist, sondern sich eben auch Kapazitäten mit einzurechnen für Pausen, ja, für zwischendurch überlegen können, sich beruhigen können oder eben auch, ja, ich sag mal zu überlegen, wie man das managen kann. Der rückläufige Pluto im Wassermann betrifft Macht und Unmacht Themen kann auch damit zu tun haben, ja, dass man sich überlegt, wie man sowas handhabt in Zukunft und wie man damit umgeht. Ich weiß, dass du eben auch sehr offen auf Neues zugehen kannst und das solltest du in jedem Falle auch versuchen. Wir haben die 10 der Schwerter. Das sind so deine Erfahrungen, deine Erfahrungswerte. Wir haben die 5 der Kelche. Du hast das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, obwohl man ja sagen muss, eine Kontrolle gibt es nicht wirklich, ja. Aber es können ein paar Situationen aus dem Ruder laufen. Das stimmt schon, ja. Aber das ist ja nicht alleine auf deinem Zutun passiert. Also das musst auch nicht du alles klären. Arbeite so gut es geht, auch damit, dass du auf dich Acht gibst. Wir haben die 9 der Münzen. Das ist ja auf der einen Seite die Unabhängigkeit, die Freiheit, Single-Dasein, aber auch die Selbstfürsorge. Ich gebe Acht auf mich selbst, damit ich mich nicht in die Gefahr begebe, enttäuscht zu sein oder sauer zu werden, ja. Du merkst das ja, wie die Dinge sich anfühlen und so weiter, dass du eben auch Kapazitäten frei hältst, um dich da wieder zu fangen, je nachdem, was los ist. Mit den 8 der Münzen gilt das natürlich ganz besonders für den Job. Ich weiß, du bist sehr ehrgeizig und du schreist auch immer als erstes hier, wenn es nach Arbeit geht. Aber sei da bitte etwas vorsichtig. Mit dieser Energie, Jupiter in Zwillinge, kann es viele neue Optionen geben. Und die muss man auch auf Herz und Nieren prüfen. Aber man darf sich nicht verausgaben. Deswegen ist es immer wichtig, auch so Leerzeiten mit einzubeziehen und sich nicht zu überfordern. Ganz wichtig, weil das geht an die Nerven sonst, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute beim Montag, 27. Mai 2024. Ja, und ich hoffe natürlich, dass du dein Wochenende erholsam verbracht hast, guter Dinge bist und eben auch mit der neuen Energie zurechtkommst. Neue Energie, wir haben Sonne, Venus und Jupiter in den Zwillingen. Zwillinge steht dir im Radix gegenüber, ja. Und ist auch eine Energie, mit der du gut zurechtkommst. Kann dich aber manchmal ein bisschen, naja, ablenken von dem, was du eigentlich tun möchtest. Deswegen ist da auch eine gewisse Vorsicht geboten. Der Mond ist aber im Steinbock und da halten wir uns erstmal so ein bisschen auch an diese Erdenergie. Das sollten wir überhaupt selber auch tun, ne, uns disziplinieren. Du hast natürlich auch mit Neptun zu tun in den Fischen. Jupiter und Neptun sind ja in den Fischen. Und Neptun grätscht dir auch immer gefühlsmäßig, gedanklich dazwischen. Und dann noch die großen, vielen Angebote in Form der Energie von Jupiter in Zwillinge. Da musst du selber sehr genau hinschauen, ja. Und dann musst du dir überlegen, für die Zeit werde ich jetzt einfach mal ein bisschen Ehrzeichen, ja. Du hast das bisher wunderbar mit Jupiter in Stier auch hinbekommen, soweit ich das beurteilen kann. Und das solltest du einfach so fortführen. Natürlich fallen viele Dinge jetzt leichter. Die Kommunikation ist stärker. Man hat neue Kontakte etc. Aber trotzdem solltest du auf dem Teppich bleiben und dich weder von deinen Gefühlen noch von deinen Gedanken oder dem, was du dir da zusammenreimst, leiten lassen. Ich hatte vorher schon gesagt, wir halten uns an die Fakten, an das, was wir hundertprozentig wissen und nicht an das, was wir vermuten oder was wir gerne hätten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben den Mars im Beda, auch eine starke Energie, die dich unterstützt, dir Power gibt, aber auch bisweilen ein bisschen stur und eng, stirnig machen kann, ja. Und dass man rechthaberisch daherkommt, das ist auch nicht so toll. Mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann Themen von Macht und Ohnmacht zu bearbeiten, wie man damit umgeht. Und die Dinge kommen auch immer mal wieder. Rückbezüglich bedeutet ja auch, ja, es hilft, wenn man sich da überlegt, wie man damit in Zukunft umgeht. Neptun und Saturn, wie gesagt, in den Fischen auf der einen Seite irritierend, auf der anderen Seite auch Einfühlungsvermögen, ja. Sensitivität, eben auch Intuition, dass man weiß, wie man vor sich hat. Und für dich als Schütze auch wichtig, da du mit Neptun zu tun hast, glaub nicht alles, was du hörst, ja. Halte dich wirklich an die Fakten. Es wird gerne mal was schön geredet und so weiter. Für dich wäre es gut, wenn du da ein bisschen aufpasst. Wir haben Geselligkeit, ja klar, mit anderen zusammen, wunderbar. Wir haben die Zehn der Schwerter. Du hast da schon deine Erfahrungen gemacht und deine Enttäuschung. Ja, ich sehe auch, dass du, ja, von dem einen oder anderen, der um dich war und um dich ist, auch enttäuscht bist, ja. Deine Erfahrungen sagen dir, okay, das kann ich abhaken. Das ist wie so eine Auslese von den Menschen, auf die du dich verlassen kannst oder die, auf die es eben nicht so ist. Neu in der Kirche. Wunscherfüllung. Also, ich denke mal, da teilt sich die Spreu vom Weizen. Ist zwar hart, aber ich denke, dass du das auch so siehst, ja. Ich glaube, dass dir heute klar wird, wer eben auch auf deiner Seite steht und wer deine Gegner sind. Ja, das ist zwar nicht schön, aber wenn du das weißt, ja. Du kannst jetzt hier nicht erwarten, dass die Dinge sich, nur weil du dir das wünschst, so erfüllen, wie du dir das ausgedacht hast. Das weißt du auch, dass das nicht geht. Die Zehn der Schwerter sind deine Erfahrungen innerhalb der Gesellschaft und ich glaube, dass du da ein paar krasse Erfahrungen gemacht hast, aber jetzt auch sagen kannst, das will ich nicht oder die Personen passen nicht zu mir. Also, ich denke, heute ist der Tag, wo du da eine gewisse Auswahl triffst. Interessant. Ja, ich bin gespannt, wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024 und ich hoffe, auch du hattest ein schönes, erholsames Wochenende. Ja, wir haben ja neue Energien. Sonne und Venus waren ja schon in Zwillinge. Jetzt ist es auch seit gestern der Jupiter und das ändert natürlich vieles. Im Stier war es sehr angenehm, viele Dinge fehlen dir zu. Jetzt ist alles ein bisschen schwieriger geworden, anstrengender. Ich weiß, dass du dich nicht davor scheust, aber man muss sich ja erst mal auf diese Energien wieder einstellen, ja, wenn sich was ändert. Der Mond ist im eigenen Zeichen, also du denkst, das kriegen wir gut hin. Das klappt schon. Es gibt mehr Kommunikation, mehr Austausch. Das muss nicht schlecht sein, aber wenn es dir zu viel wird, solltest du natürlich auch für Ruhephasen oder einen Rückzugsort sorgen, ja. Wir haben dann auch Neptun und Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen, Sensitivität zu sehen, mit wem du es zu tun hast, was da eben auch relevant ist oder was nicht. Und ja, Mars im Widder kann kurze Zündschnur haben, auch bei dir. Da kann man auch sehr leicht aggressiv reagieren. Vielleicht nicht die beste Idee, da wir auch den Pluto rückläufig haben, obwohl es um Macht und um Macht Themen geht. Also da vielleicht nicht zu schnell, ja, ich sag mal, böse werden. Es kann sein, dass es ein bisschen viel wird mit der Zwillingenergie, aber cool down, cool down, ja. Wichtig ist, dass du auch auf deine Dinge achtest, wie du dich fühlst und was du möchtest. Wir haben den Ritter der Kirche, freundliche Entgegenkommende Energie. Wir haben den Herrscher, ja. Verantwortung tragen, Verantwortung übernehmen und Informationen sammeln. Also ich denke mal, entweder bist du der Herrscher, der eben auch liebevoll mit anderen umgeht, aber erst mal die Informationen sammelt und hier ist weniger mehr. Der Turm sagt ganz klar, Hindernisse beseitigen, Platz schaffen für Neues. Ich weiß, du bist traditionell, aber es wäre trotzdem gut, wenn du dich für Neues öffnen kannst, ja. Das heißt nicht, dass du das ungeprüft einfach übernehmen sollst. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar besonders wichtig, die Möglichkeiten, die Offerten, die jetzt kommen mit Jupiter in Zwillinge, sehr akribisch zu prüfen. Aber auch sich natürlich an dem weiter entlang zu hangeln, was man bisher gemacht hat. Du warst bisher sehr erfolgreich und du kannst auch weiterhin sehr erfolgreich sein. Es ist nur ein bisschen anstrengender. Es ist ein bisschen mehr Gespräche, Austausch, ja. Aber es gibt auch viele neue Informationen. Und die muss man natürlich auch erst mal verkraften, verarbeiten und dann die Spreu vom Weizen trennen. Also gucken, was für dich relevant ist und wo du sagst, nee, danke. Aber das braucht eben auch Zeit und die solltest du mit einplanen. Also nicht einfach alles annehmen, alles tun und sich überarbeiten. Das hatten wir schon. Es geht darum, dass du eben auch delegierst und dass du eben auch Prioritäten setzt für dich selber, ganz persönlich und natürlich auch im Team, in der Gruppe, in der Familie. Das Privatleben wird auch im Juni sehr wichtig, also spätestens Mitte des Monats. Und deswegen haltet ihr Freiräume dafür und auch zu regenerieren, wenn es mal ein bisschen zu stressig wird. Ich wünsche einen guten Start in die Woche und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Montag, 27. Mai 2024. Und ich hoffe, auch dein Wochenende war schön, erholsam, regenerierend. Und jetzt startest du mit der neuen Energie mit Jupiter in Zwillinge. Sonne und Venus waren ja schon dort und jetzt seit gestern eben auch der Jupiter. Das eröffnet dir ganz neue Perspektiven, neue Möglichkeiten. Wichtig auch da natürlich nicht die Bodenhaftung zu verlieren und sich zu viel aufzuhalten. Es ist immer so, man sollte lieber zwei akute Dinge verfolgen und den Rest dann lieber hinten runterfallen lassen, als wenn man bei 20 einzelnen Projekten überall irgendwas macht und nichts fertigstellt. Das ist so mein Tipp für dich, aber entscheiden musst du das natürlich selbst. Der Mond befindet sich im Steinbock, da geht es um Verlässigkeit, akkurates Arbeiten und eben auch Langfristigkeit. Wir haben den Pluto im Wassermann rückläufig, Macht und Unmacht eben überdenken, vielleicht neu sich da aufstellen und überlegen, wie man damit umgeht. Du hast in der Kommunikation wunderbare Sterne. Du kannst viel erreichen, viel durchsetzen, aber nur, wenn du nicht die Nerven verlierst und wenn du dir nicht zu viel auflädst. Wichtig dabei ist natürlich auch auf der einen Seite das Zwischenmenschliche mit Neptun und Saturn in den Fischen. Wie gehe ich mit anderen um? Wie bringe ich das rüber? Wie ist die Stimmung? Und natürlich auch mit Mars im Widder, der eine kurze Zündschnur hat und das kann mir auch passieren, entweder bei dir oder bei anderen, dass da eben sehr schnell auch jemand aggressiv reagiert. Ich denke, es ist wichtig, mit Merkur und Uranus im Stier immer schön auf dem Teppich zu bleiben. Nicht nur jetzt, sondern auch die ganze Zeit, in der der Jupiter sich in den Zwillingen befindet. Wir können es jetzt austesten und wir schauen uns an, was wir für den Wassermann heute haben. Da ist der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe möchte Risiken eingehen, was wagen. Ja, solange dieses Risiko, ich sag mal, überschaubar ist, mach. Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge. Du kümmerst dich um die Dinge, du möchtest sie umsetzen und ich glaube auch, wenn du dich darum adäquat kümmerst, gefühlsmäßig wie sachlich involviert bist, wirst du das auch schaffen. Wir haben die 10 der Münzen. Das kann sich finanziell, aber auch zwischenmenschlich sehr für dich auszahlen. Wichtig ist, dass du, wenn du dann Erfolg hast, nicht trotzdem dann noch auf die Idee kommst, dir noch 10 andere Projekte an Land zu ziehen. Weil der Erfolg steht und fällt damit, wie viel ich investiere in das einzelne Projekt. Wir haben die Nostalgie, die Vergangenheit. Da ist auch vielleicht dieses Thema Macht und Ohnmacht in Bezug auf den Pluto. Vielleicht hast du da einen neuen Weg gefunden, wie du mit diesen Dingen umgehst, wie du das kommunizierst und dich darum kümmerst. Mit liebevoller Energie kann man auch was beilegen, den klären oder eben auch nochmal über Dinge sprechen. Ja, also das ist alles möglich. Die Vergangenheit spielt immer eine Rolle, weil wir ohne unsere Vergangenheit nicht da wären, wo wir heute sind. Ja, und vielleicht ist ein Blick zurück ja auch immer ein guter Hinweis darauf, was wir beibehalten wollen oder was wir nicht wiederholen wollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute beim Montag, 27. Mai 2024 und ich hoffe, auch du hattest ein schönes, harmonisches und erholsames Wochenende. Die Sonne, die Venus und jetzt auch der Jupiter befinden sich in den Zwillingen. Ja, da gibt es so ein bisschen die Leichtigkeit, die vorher da war mit Jupiter, ein Stier verloren. Aber du kannst das trotzdem beibehalten, wenn du dich von dieser starken Kommunikation und den vielen Kontakten, die jetzt anstehen, nicht von deinen Zielen abbringen lässt. Das ist auch so ein bisschen deine Eigenverantwortung. Du hast Unterstützung durch Merkur und Uranus im Stier. Die sind noch im Stier und natürlich auch den Mond im Steinbock, der ja auch eine gewisse Sicherheit bietet und Bodenhaftung. Mit Neptun und Saturn in den Fischen bist du gefühlvoll, kreativ, einfühlsam. Neptun kann dich auch verwirren durch diese vielen neuen Energien. Er kann dich ablenken. Ja, da bist du selbst auch so ein bisschen dafür oder dazu angehalten, dass du dich darum kümmerst, dass das nicht passiert. Dass du das beibehältst, was bisher erfolgreich war und dass du dann eben auch weiter so verfährst wie bisher. Ja, für dich als Fisch ist auch wichtig, dass du, ja, ich sag mal, nicht zu gutmütig bist, sondern die Dinge auch hinterfragst. Ähnlich wie skorpionische Energie, dass du dir nicht alles erzählen lässt, sondern dich eben auch um die Fakten kümmerst. Das wäre ganz wichtig, damit man eben dir nicht sagt, das Angebot ist nur noch heute gültig, unterschreib bitte hier. Sondern du sagst, ich will das aber erst mal prüfen, ja. Da braucht man ein bisschen Selbstvertrauen. Mit Maßen wieder sollte das drin sein. Wichtig ist auch, dass du im Zweifelsfall dir lieber Unterstützung holst, ja. Wenn du nicht weißt, wie du das handhaben sollst. Wir haben die Sieben der Stäbe. Für seine Sache einstehen. Jemand steht für seine Sache ein, das kannst du sein. Es kann natürlich auch Widerstand im Außen sein, ja. Wir haben aber die Hohe Priesterin. Das heißt, du hast ein Bauchgefühl. Du weißt, wie du damit umgehen sollst oder wie du das zu bewerten hast, ja. Wir haben den König der Münzen, wunderbar. Pragmatismus, Erdenergie, Dankbarkeit, Demut. Auch das, was man erreicht hat, eben, ja, festzuhalten. Und was sehr schön ist, die Sieben der Münzen. Das bedeutet nämlich, du kümmerst dich um die Detailfragen. Das ist sehr wichtig, ja. Nicht nur jetzt, sondern überhaupt mit Jupiter in Zwillinge, dass man sich kein X für ein Ufo machen lässt. Auch wenn man gutmütig ist und freundlich gesinnt. Es ist immer besser, sich zu vergewissern, sich vielleicht auch die ein oder andere Sache abzeichnen zu lassen. Ja, weil wir haben mit dieser Zwillinge-Energie und Neptun eben auch manchmal so die Energie, dass jemand heiße Luft produziert oder irgendwas erzählt, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Und deswegen solltest du als Fisch auch immer ein bisschen genauer hinschauen. Ja, nicht einfach ungefiltert alles so übernehmen, was man dir erzählt und dann auch schon gar nicht weitererzählen. Ich denke, dass du für deine Belange einstehst. Das ist gut so. Mach weiter so, ja. Ja, deine Intuition ist auch sehr stark. Du weißt, wie du damit umgehen kannst und sollst. Wir haben auch Mitte des Monats schöne Krebsenergie. Das zahlt sich aus. Es kann manchmal ein bisschen schwierig werden, weil zu viel Kommunikation stattfindet. Such dir einen Ruhepunkt, irgendwas, wo du dich da ausklinken kannst und wo du dich erholen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.